Mein Leben gesnackt? Boah, Alter, wie laut ich geklatscht habe, ich bin Reagy. Bonio, meine Freunde der leichten Unterhaltung und willkommen zurück zu einer neuen Folge Bad Wars and the Schmad Wars. Wir spielen heute zusammen mit dem Karni. Hallo, ich bin der Karn. Und der, der Chief. Und ich seh dich nicht. Siehst du mich? Ja, ich seh dich. Guck mal, ich schlag dich auf deinen Kopf. Ich bin der Karn. Zack, zack, zack. Wir sind Admins, Leute. Wir haben schon viele Leute gebannt, weil es ist der 1. April und dieses Video kommt definitiv nicht mehr am 1. April. Und es war ein mega Gag. Und dann habe ich so gesagt, ich banne euch einmal nach Kram. Und dann war einmal nach Kram leider gesperrt. Lass doch mal ein Like da, wenn ihr es lustig fand. Lass doch ein Like da und wenn ihr mehr so Witze hören wollt, dann schaut auf jeden Fall bei Karni vorbei. Und bei 10.000 Likes kommt ein wirklich guter Witz von Krankrafter in der nächsten Folge, die wir zusammen aufnehmen. Okay, dann überlege ich mir einen. Ja, okay. Wie überlegt? Die kennst du schon, Alter. Ich habe mir einen überlegt. Was kauft ein Hesse beim Optiker? Einen gehässigen Optiker. April. Uff, leider. Uff, also das ist echt. Momentan mit Krani eine schwere Not. Hast du dich nicht hochgebaut? Junge. Tut mir leid, stürmiert. Junge, 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 ich bin ab, man. Du meinst abbrillen, man. Ach so. Yo, Leute, lass doch mal ein Like da für die Details. Yo, Alter, es ist so eine wilde, wüste Folge, man. Wir sind richtig am Rage geladen, man, Alter. Also wenn euch das gefallen hat, so der Witz, das folgt. Was ist los? Weiß gut, halt die Schnurz jetzt. Was? Bist runtergefallen? Was? Haben wir nach Reim. Have you fallen runter? Guck mal, ich habe was für dich. Ich bin fallen, ich bin fallen. Nimm die Sachen. Ne, 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 ne. Stopp? Ja, habe ich es genommen. Ich bin ein guter Freund. Ich bin jetzt ohne Equip so gut bin ich. Ich habe dir alles gegeben. What? Ich bin voll Neff von dir und so. Ja, ich bin auch lustig. Aber dafür musst du sagen, dass ich lustig bin. Und jetzt Krani, Ruiz-Born-Kitchen. Ruiz-Born-Kitchen? Muss man das verstehen? Ja, das ist das ziemlich sexistische. So, jemand ist tot? Ihh, Sex. Alter, ich habe jetzt so gutes Equip. Wie nennt man es? Was sagt man, wenn man Sex ist? Was denn? Sex ist ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Für mehr weitere Witzel, lass einen Like da. Oh nein. Nennt man Sex? Leider höchstwahrscheinlich die meistgelikete Folge. Wenn ihr ein Like da lasst, dann lasst ein Like da. Auf einem anderen Video. Tschüss. Tschüss. Oh Mann. Das ist jetzt Spalding. Ich habe die Mittel. Oh Sturm, wenn du nicht so süß wärst, dann wäre mein Leben ziemlich hart. Dann wäre deine Identität ziemlich hart. Du bist mein Leben. Krali, du bist mein Leben. Du bist mein. Du bist mein. Ich liebe dich. Ich liebe dich, Krali. Ich liebe dich, du. Ich mache einen Song, der heißt I Love You Song. Von Michael Jackson und Brian Stewart. Michael Jackson, Mann. Und Brian Stewart. Und Brian Stewart. Ja. Spitze, oder? Ja, Spritze, Spitze. Ich habe hier voll die Müdde, ey, Alter. Ich bin richtig, richtig, richtig. Ich komme und supporte den Boy bei seinem Unternehmen. Digga, ist er der Boy, oder der G, oder der Boy? Du bist ein Unternehmen, wir sind ein Übernehmen. Yeah. Mega-Gag, Leute. Ups, was ist denn los bei mir? Oh, das ist das Dekriminierend. Dekriminierend. Ach du, da ist Team Arschloch. Team Arschloch besonders. Voll nett, voll nett so. Hast du kein, kein... Ach, die Bohme? Der hat sich dekriminiert, keine Ahnung. Dekriminalisiert. Dekriminalisiert und dekriminiert. Alle sind an... Masturbiert. An... What? Ich habe einen Pfeil abbekommen. Wo kam der denn her? Ach, der Typ in der Base hat einen von Rot, ne? Kannst du sein. Kannst du sein. Tschüss, Deklin, tschuldigen Sie, abonnieren Sie doch einen Kanal, das kann schon sein. Ich mache einen Kanal, der heißt, ich kann schon sein, TV. Ich kann schon sein, they're wrong. So bin ich mein Leben, they're wrong. Wohin gehst du, wohin gehst du? Hat der auch einen Bogen? Hä? Ach, du, Team Böse kommt. Ach, komm, komm, komm. Team Rot, der mit... What, what, what? Oh Gott. Der mit dem Bogen, ich bin tot. Der mit dem Bogen von Team Rot ist gerade aus der Base rausgehangen. Kriegen wir Gold auf der Insel? Nee, ne? Nee. Mann, Sturmi, du spielst jeden Tag Bad Wars. Ja, die Map, weiß ich nicht. Oh Gott, da kommt noch einer, den packe ich, glaube ich, nicht. Oh doch, der hat keine Rüstung, das ist gut. Okay, 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 okay. Ich habe sehr viel Schnee. Was habe ich gerade gesagt? Dann noch einen Bogen. Ey, ich habe zwölf Gold, ne? Oh, dann bringen sie zurück. Da haben wir aber noch welche im Bogen. Ja, ich werde sie recken. Okay. Hä, ist der eine Dude nicht auch in der Mitte gewesen? Mit dem Bogen, vom Gelb? Nee, anscheinend nicht. Ich sehe nicht, ne? Ich habe 17. Willst du mal was holen? Team Rot oder Team Gelb, wo soll ich draufgehen? Hol dir mal was mit 18 Gold, bitte. Oh, ich bin schon bei dem... Oh, er hat mich runtergeboxt und ich habe ihn runtergeboxt. Blau willst du reporten. Sind wir Team Blau, ja, ne? Ja. Wollen wir einen Report oder nicht? Ja, wir machen einen Report. Wir machen einen Report-Hack. Wir sind Admins. Ich schreibe ihm einfach, bin Admin, gib es einfach an mich weiter. Ja, bitte. Ja, bitte, report. On me. On me. Call on me. Wir müssen uns einen... jetzt überlegen. Für immer. Für immer. Für immer lieben. Ehrlich? Für immer gebannt, Fragezeichen. Ja, voll fett, Alter. Ja, Mann. Händlich mal. Alter, er kommt einfach... Leute, das ist doch auch keine Taktik. So, ihr müsst doch mal... Ihr müsst doch jetzt mal richtig, richtig krass hier rein baseln, Alter. Okay, da ist noch einer in der Mitte wieder. Ja, der hat ein Schwert. Töt ihn. Habe ich. Hier, Team Rot, würde auch zurückgeboxt. Geh mal, genau, töt mal Rot, töt mal Rot. Ich habe ja... Ich muss mir auch mal Equipment kaufen. Ich glaube... Kein schlecht. Ich habe 25 Gold hier, ne? Hol dir die mal ab, bitte. Wo? Ey, bei mir. Ich sammle das doch die ganze Zeit. Achso. Habe ich. Aber da musst du mir noch ein paar Blöcke geben, weil ich komme nicht mehr zurück. Die kommen, glaube ich, sonst. Einer kommt zu uns, glaube ich. Ne, die können ja gar nicht sonst. Weil du dich ja so schön hochgebaut hast. Ich glaube, einer hat aber Gold geholt. Nehm jetzt Gold. Einer hat Gold. Ja, achso, warte. Äh, hier. Und Blöcke noch? Blöckis? Hier. Hier, Dankeschön. So, bäsch. Grazie. In mein Leben. Madai. Oh, krass, Alter. Ich habe gerade einen von hier gedarrutet. Das ist auch richtig crazy. Das war eine crazy number, Leute. Das war eine crazy number. So, und jetzt hol mal kurz. Hol dir mal einen Bogen. Ich hole mir noch ein bisschen Silberinho. Dann holt ihr uns voll das Ficker-Equip, okay? Okay. Warum machen die das eigentlich mit Glowstone zu? Ist das gut? Nein. Ne, der Glowstone ist richtig scheiße. Warum baut man sein Bett mit Glowstone zu? Wollen wir mal die TNT-Taktik machen? So richtig wegsprengen, hier ganzen Glowstone. Hallo. Warte. Äh, können wir, können wir, weiß ich nicht. Tschüss. Können wir, können wir, weiß ich nicht. Tschüss. Ähm, zack. Was brauchst du alles für mich? Was soll ich dir alles kaufen? Äh, ein Eisenschwert hätte ich gerne, eine Änderperle und einen Stärgetrank. Und du sollst dir auch was kaufen. Ich glaube, das passt aber, sieht alles nicht so aus. Ich habe aber jetzt auch nochmal 8 Volt und so. Hol dir auf jeden Fall mal einen Bogen für dich selbst. Dann kannst du die Mitte halten. Aber dann kann ich dir keine Änderperle mehr kaufen. Alter, privat. Alter, privat. Was, was privat? Das ist privat. Ich finde ja dich privat nicht so in Ordnung. Das ist privat. Mann. Okay, warte. Ich habe dir jetzt all deine Sachen gekauft. Echt? Ja. Du bist eine Maschine, Alter. Ich komme gleich wieder. Aber hol dir auch mal Eisen und so, ne? Ja, habe ich schon gemacht. Okay, dann passe ich dir jetzt mal so, was du so niederst. Dann gehe ich mal kurz ein bisschen zerstören hier. Trollen. Schreibt er wieder, oder? Ich weiß nicht, vielleicht. Aber du bist jetzt schon klar, was du hier gerade aufs Spiel setzt, ne? Ja, alles cool. Du kannst immer nie wieder auf Gommel spielen, wenn du Pech hast. Weil privat. Ich meine auf Race Gaming HD. Ich check's an, aber auch nicht. Lass uns in die Mitte jetzt. Ja, was denn? Was er schreibt, guck dir mal. Was denn? Hä? Lies mal. Ja, warte. Okay, hast du es da? Nice, sir. Und das hier. Du hast einen Bogen, ne? Hast du ges... Nee, ich... Okay, dann kriegst du meinen Bogen jetzt. Ich mach Terror-Taktik. Aber Team Rot, hast du gesehen, was die geschrieben haben? Nee, nee. Lass uns in die Mitte, bitte. Leute. Nicht bitte. Warte, warte, warte. Hier, Kranik, komm mal. Oh, warte, da kommt jemand. Da kommt jemand. Er kommt in die Mitte. Hinter dir, hinter dir, nee. Das werden wir nicht in die Mitte lassen. Okay, gut. Machst du die? Dann mach ich irgendwas anderes hier. Okay, ich glaub, ich krieg's hin. Guck mal, was ich jetzt mache. Ich mach eine richtig coole Gangster-Taktik. Ähm, ich brauch das mal. Okay, los. Alter, wir haben so dominated jetzt. Wir müssen echt mal richtig jetzt den Shit maken. Seid ihr bereit? War sie tot? Ja. Guck mal, ich mach jetzt die coole Gangster-Taktik. Dann geh ich zu Gelb. Guck mal, was sie getan hat. Schau mal bei Team Rot. Ja, mach, mach. Töte sie. Töte sie. Ich hab ihr Bett in die Luft gejagt. Das ist ein Spacko. Und ich hatte nicht mal ein Schwert. Ich hatte nur ein TNT und ein Feuerzeug. Komm die, nee. Kannst töten, ne? Also, sie leben, aber ich glaub nicht, dass sie was weißen können. Töte mal, töte mal. Aber ich kann sie nicht töten. Ich bin doch selbst tot. Das war grad voll cool. Das war jetzt nicht so schwer, aber... Ich werfe jetzt wahrscheinlich wieder mal wieder letzte Rotz. Oh, nice. So, der down. We gonna do this. Absache, die haben einfach nur so voll gefakt eingebaut, Alter. Richtig dies. Warte, der kommt jetzt zu dir. Vielleicht auch... Oh, lol. In der Luft, hast du gesehen? Hast du den noch gekriegt? In der Luft? In der Luft, ja. What? Du bist ein Leber. Ja. Ein Leber-Botan. Hast du es aufgenommen, oder wie? Und schon wieder wird einem mal gezeigt, wie krass man einfach nur die Mitte dominiert, weißt du? Und dann wie easy so ein Match wird auf einmal. Ja, das stimmt. Weil wir natürlich jetzt serious Probleme mit Team Rot kriegen könnten. Nicht? Warum? Aber ich glaub nicht, dass wir die... Weil das ist schon unser Leben, aber am Niveau. Nee, ne? Einen hab ich. Keine. Bist du der Letzten? Nimm mal ruhig. Nippt ganz. Wären sie können, werden sie können. Nice. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Wir sind die besten. High five! High five! Ja! Wir sind die besten Red Bull-Spieler. GG. Okay. Bin ab, bin. Bann, selbst. Mega Gag jetzt, Leute. Und dann sag ich, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Es hat super viel Spaß gemacht. Schaut auf jeden Fall mal bei Kranik vorbei. Da haben wir auch vor ein paar Tagen noch was aufgenommen. Ich glaub, das kommt ja früher als das Video jetzt. Wir sind auf jeden Fall. Atmen es jetzt. Alle. Alle Bann. Bin an. Ich hör' alle tanzen, sonst Bann. Respekt jetzt. Oh, guck. Die sind alle YouTuber. Ich schwöre, Ammonach-Kreim. Ich muss nach wie vor sagen, ich liebe diese Lobby, ne? Ich liebe diese alte Lobby. Ich find die so super. Ich find die ist auch cool. Ich find diese Lobby so geil. Ich find diese Lobby so geil. Und ich muss jetzt erstmal ein paar Screens machen, denn überall um mich rum sind einfach nur YouTuber. Guck mal, YouTuber, Alter. Ich schwöre, Leute. Ammonach-Kreim. Ich mach jetzt erstmal Screen. Oh Gott, ja, Screen. Du musst erst mal alle fragen, wie viele Abos sie haben, ob sie interessant sind für dich. Wie viele Abos? Abo mit zwei B geschrieben, also immer falsch schreiben ist wichtig. A, B, O, Doppelz, Abos. Habt ihr will Screen, aber nur mit Leuten. mit, mit viel Abo-Boots. So. Da hat einer 333 Billionen, 300 Milliarden, 1000 Millionen K. Mit dem kannst du machen. Mit dem hab ich Screen gemacht. Ich mach Screen. Ammonach-Kreim. Ich hab ganz viel Screen mit ganz vielen YouTubern. Ich schwöre. Okay, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut doch mal bei Karni vorbei und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir sind alle Atmins. Tschüss, tschüss, tschüss. April, April. Was? Nee.